Ich bin der Maurice, wir sind auf dem Helm, der Lorander, und er nimmt die Rakete zu schaffen. Okay, und? Ich bin der David, und ich helfe auch, die Rakete zu schaffen. Und? Und ich bin Olimper, und wir machen, und wir machen, wir tun die Rakete. Okay. Und dann schummt. Sehr gut, und jetzt, welche Richtung war es dem Wind? Äh, in der. Okay, gut. Dann, okay, jetzt springen wir es auf dem Stänger. Bitte? Nein, verfehle ich. Perfekt, das ist gut. Das ist eben. Okay, dann. Okay, dann. Okay, seid ihr parat? Yo. Yo, Mann. Okay, dann. Wind. Okay. Ja. Wie hoch geht es? 366 Meter, hast du einen richtigen Motor rein getan. Ja, richtig, ja. Okay, so. Sicherheitsschlüssel ein, bitte. Weg. Kappe weg. Du musst dich hart drücken. Okay. Druck, äh. Ja, da musst du drücken. Perfekt. Okay, jetzt, oder? Okay, Achtung, fertig, los. Ja, ist da! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Was wirst du sagen? Es ist die Stange und es ist die Tourerfuhr. Und? Ist gut? Und hier ist... Es war ein Riesenerfolg. Ja, Olli? Ja? Olli, ist gut? Es war ein Riesenerfolg. Fantastisch. Und den Rosenbergschulen. Vom Rosenbergschulen. Den A-Team Rosenberg. Ja. Okay, dann machen wir den nächsten Versuch. Hallo zum zweiten Mal. Ich bin David. Der erste Versuch für unsere Rakete war erfolgreich. Jetzt starten wir den zweiten Versuch. Also, die erste Rakete ist erfolgreich gelandet. Nichts ist kaputt gegangen. Und jetzt probieren wir das gleiche. Hoffentlich geht's nicht gut. Jawohl. Wir werden jetzt rufen rein. Das ist der Fluch. Okay, ja. Okay, dann. Good. Jetzt. Okay. Okay. Jemand muss das auf der Stange... A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Okay, dann ist der Weg stehen und dann sieht man welche Richtung der Wind blast. Okay, von dieser Richtung wie vorher. Okay. Der Flugzeug ist weg. Der Flugzeug ist weg. Wir können stoppen. Okay. So. Nein, ich mach nichts. Nein! Nein, 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 nein. Zum Glück hast du noch so ein Knopf. Wenn du so machst, kannst du... Okay. We love to entertain you. Seid ihr parat? We love to entertain you. Okay. Okay. So. Dann, ich komme hier. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A.. Ja. 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 Voller Erfolg. Natelalter Dieter. Ah! Ich habe sie hier. Ah! Run! Oh, ich habe hier nicht gesehen. Nein. Oh! 3. Versuch Ok, kann man montieren? 3. Versuch The Randon Winners Rosenberg Ok, jetzt drehen Richtig, so Und jetzt kannst du die Metall Sachen drauf Ja, perfekt Oli, Metall Draht Ja Das müsste Genau Ok Nicht, halt mal bitte ganz kurz Ich prob hier rein Ja, ich mach das andere Warte, 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 ich mach dich zusammen Uh oh Der Schneeball Auch nun der Schneeball Ich hab einen Okay Jetzt mach das andere, warte So, so Ok Warte, ich hab dich gerufen Ok Ok, keine Spannung, ok? Ok, so wie immer Ok Schlüssel in Schlüssel Schlüssel kommt Oder mach Morris Er kann das Drucken jetzt Da Nein Nein, nein Oliver macht das Oliver haut das Achtung Ok, sind wir perfekt Ok, Achtung Fertig Und los Das ist Nein, 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 nein Nein, nein Nein, nein Nein, nein Nein Nein, nein Es ist gut Ja Ja Aber ist das Papier wieder Das Papier wieder Oh, ist das gerade Oh shit! Oh shit! Und? Sehr gut. Und Olli, was denkst du? Okay, so jetzt gehen wir... Jo Mann, danke fürs Mitnehmen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.